Servus liebe Freunde der gepflegten Water Noh Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zur zweiten Folge der momentan 5 beliebtesten Panzer im Spiel. Die erste Folge haben wir vor fast genau einem Monat gemacht, also Ende Oktober und da hatte ich euch damals gefragt, soll ich das Format weiter behalten, immer mal gucken, einmal im Monat schauen, welche Panzer momentan denn so die 5 beliebtesten Panzer im Spiel sind und das ist sehr sehr positiv von euch aufgenommen worden, dafür erstmal vielen herzlichen Dank und deswegen gibt es jetzt die Edition November. Ich werde das auch in Zukunft dann immer so machen, dass wir dann immer erst so gegen Ende des Monats dann schauen, dass wir dann halt eben 4 Wochen rückblickend gucken können. Als Grundlage für diejenigen von euch, die das Format noch nicht kennen, benutzen wir thunderskill.com. Für diejenigen, die die Seite thunderskill.com nicht kennen, das ist eine, ja, kann man eigentlich so sagen, wie es ist, eine Stats-Seite für War Thunder, in der ihr selber eure persönlichen Stats rauslesen könnt, also Gefechte, wie ist eure Effektivität, etc., etc., eure Effizienz und welche Panzer spielt ihr am meisten, etc., etc., etc. und anhand dessen, ja, werdet ihr über thunderskill.com in so ein Spieler-Ranking dann unter anderem eingeordnet und thunderskill sammelt natürlich auch Infos und Daten darüber, welche Panzer denn so am meisten gespielt werden. Auch noch ein weiterer Hinweis dazu, zu diesem Format, wir behandeln hier nur die Stats zu den gespielten Panzern im realistischen Spielmodus, das heißt, wir klammern den Arcade-Spielmodus und den Simulator-Spielmodus hier vollkommen aus und wir kümmern uns auch nur um Panzer und nicht um Flugzeuge. Also, wer sich eher für Flugzeuge interessiert, jetzt abschalten, alle anderen gerne weiter zugucken. Im letzten Format war es noch so ein bisschen gemischt, was so die Fahrzeuge anging, bzw. nicht im letzten Format, sondern in der letzten Folge. Und das ist jetzt ungefähr einen Monat her und jetzt schauen wir gerade mal, wie es denn momentan so aussieht. Gleich auch nochmal der Hinweis dazu, thunderskill sammelt natürlich nicht die Daten von allen Spielern, also man muss die Seite auch selber mal benutzt haben. Aber es gibt genug Spieler, die sich auf dieser Seite tummeln und deswegen laufen auch genug Daten in diese Seite rein, auf dieser Seite auf, dass das schon, ja, zumindest ein guter Richtwert ist, welche Fahrzeuge gerade momentan so beliebt sind. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und wir fangen von hinten an. Auf Platz 5 in den vergangenen vier Wochen, also im vergangenen Monat, befindet sich bei den Deutschen, wer hätte es gedacht, dieses wunderbare Fahrzeug hier, der Kampfpanzer 70 mit insgesamt 25.223 Gefechten im realistischen Modus. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl und klar, der Kampfpanzer 70 ist natürlich, ja, allgegenwärtig, wenn ihr in den Hightier-Gefechten unterwegs seid. Da sind viele, viele Spieler mit dem Kampfpanzer 70 entsprechend unterwegs. Da muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Wer von euch den Kampfpanzer 70 noch nicht in Aktion gesehen hat, live und in Farbe, entweder, weil er ihn selber noch nicht hat oder weil er auch auf Rang 6 noch nicht angekommen ist. Mein letztes Replay-Video, mein Gast-Replay-Video beschäftigt sich mit dem Kampfpanzer 70 und ich selbst habe auch, nachdem der Kampfpanzer 70 rauskam und ich ihn hatte, auch schon ein Gameplay dazu gezeigt. Also, da findet ihr genug Material hierzu auf meinem Kanal. Auf Platz 4 neu reingekommen in die Stats war tatsächlich im letzten Monat noch nicht so. Ich denke, das liegt einfach auch an der Zeit. Ist dieses schöne Fahrzeug hier, nein, das ist nicht der T-44, nein, es ist dieses Fahrzeug hier. Der T-64 Alpha Modell 1971, auch hier sind viele, viele Spieler schon dabei, auf ihn zuzugrinden. Viele, viele Spieler haben ihn auch schon und der Unterschied zu den gefahrenen Gefechten im Vergleich zum Kampfpanzer 70 ist gar nicht so weit weg. Es sind 25.552 Gefechte. Gut, ja, kann man natürlich tatsächlich auch verstehen, wer bei den Russen schon im Hightier-Bereich angekommen ist. Der hat natürlich ein großes, großes Interesse gehabt, den T-64 sich zu ergrinden. Der ein oder andere wird mit Sicherheit da auch mit ein paar Golden Eagles nachgeholfen haben, um den Panzer zu haben. Aber dieses Mal ist er jetzt hier in dem Ranking auf Platz 4 gelandet. Ich glaube, im letzten Ranking war er auf Platz 6 oder auf Platz 7. Also da hat er schon an den Top 5 ordentlich rangekratzt. Aber jetzt hat er es geschafft und ist auf Platz 4 gelandet vor dem Kampfpanzer 70. Dann eine, ich will gar nicht mal sagen, so eine Überraschung, weil der Panzer war im letzten Monat, glaube ich, auch schon im Ranking mit drin. Ich hätte mir das natürlich vorher nochmal angucken sollen, ich Idiot. Und zwar ist es, habe ich, da habe ich keinen, nein, hier habe ich ihn nicht dabei, hier auch nicht. Da müssen wir ihn uns dann tatsächlich hier anschauen. Auf Platz 3. Dieserjenige, welche Panzer hier, warum kann ich ihn jetzt hier nicht? Oh, sag halt. So, da müssen wir mal hier kurz auf den Slot setzen, damit wir ihn uns angucken können. Der Panzer 4G. In der vergangenen, in der vergangenen Ausgabe war er, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, Platz 4 oder auch Platz 3, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder sogar noch ein Stückchen weiter vorne. Nichtsdestotrotz, trotzdem auf Platz 3 mit insgesamt, auch nicht so weit weg von den anderen beiden Panzern, 26.129 Gefechten. Auf einem BR von 3.7 ist dieser Panzer tatsächlich wirklich eine Macht. Das liegt nicht zuletzt hier an der langen 75-Millimeter-Kanone. Und natürlich auch an der Panzerung, hier an der Wannenpanzerung tatsächlich, also da kommt ihr mit 80, 30, 20 schon richtig, richtig weit auf dem BR von 3.7. Und da unten im Low-Tier-Bereich, da macht es tatsächlich, beziehungsweise im Low-BR-Bereich, da macht es tatsächlich schon sehr, sehr viel Spaß. Und da sind die Deutschen tatsächlich eine absolute Macht. Egal, ob ihr jetzt mit dem Panzer 4G unterwegs seid oder von mir aus auch mit dem Panzer 4F2. Der Unterschied zwischen Panzer 4G und Panzer 4F2 liegt tatsächlich in der Panzerung der Panzer 4F2 vorne an der Wanne. 30 Millimeter weniger Panzerung, aber dafür, ja, von der Performance her ganz genauso gut. Der 4G wird von vielen allerdings bevorzugt, dafür müsst ihr aber auch eine BR-Anhebung von 0,4 entsprechend wegstecken. Aber der Panzer in seiner Performance, wunder, wunderbar. Auf Platz 2, und da ist eine richtig süße kleine Schüssel, die kennt ihr und auch gerade diejenigen von euch, die auf dem BR unterwegs sind, auch ein deutscher Panzer, der in letzter Zeit auch wieder von den vielen, von vielen Spielern, glaube ich, viel, viel Liebe erfährt, ist auf 6-7. Dieses kleine Biest hier, der Ruhe 251. Einer, der, wie ich finde, ja, ich drücke es einfach mal so aus, krassesten Panzer, die wir im ganzen Spiel haben. Äh, krass nicht im Sinne von, ähm, dass er alles, alles so hart wegbolzt, sondern eher krass im Sinne von, er ist ein richtig, 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 richtig guter Allrounder. Ähm, an der einen oder anderen Stelle kann er ganz schön Schüsse einstecken, also, ich kann mich da an Runden aus den letzten Tagen erinnern, wo ich wirklich, also, hu, mich an dem Ding wirklich kaputt geschossen hab, mir da die Zähne dran ausgebissen habe, äh, weil er tatsächlich einfach nicht kaputt gehen wollte, also, da hab ich Munition drin versenkt, noch und nöcher. Gut, äh, das nervt natürlich, ob das nun auf der anderen Seite realistisch ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber Fakt ist, der Panzer hält in letzter Zeit ordentlich was aus und, äh, er wird immer beliebter und, äh, kann auch tatsächlich bedingt durch seine 90mm Kanone auch ordentlich austeilen, denn, vergesst nicht, der Panzer hat Heat FS mit 320mm Durchschlag und, ähm, auch Hash mit 102mm Durchschlag, allerdings, ja, gut, die Hash ist ja jetzt im Spiel nicht mehr ganz so sehr zu gebrauchen, deswegen, äh, Heat FS auf jeden Fall, aber da braucht ihr dann schon 2, 3, 4 Schüsse, bis ihr den Gegner dann wirklich, äh, richtig kaputt gekloppt habt, ähm, aber der größte Vorteil dieses Panzers definitiv seine Mobilität, definitiv seine Geschwindigkeit und deswegen hat er, äh, auch völlig zu Recht 32.959 Gefechte im letzten Monat auf die Uhr raufbekommen von den Spielern und, ähm, ja, ich glaube, diese Statistik spricht definitiv für sich. Und nun kommen wir zur neuen und alten Nummer 1. Bereits im vergangenen Monat, äh, unangefochten mit weitem Abstand das beliebteste Fahrzeug im ganzen Spiel und auch hier, ähm, mit dabei wieder auf Platz 1 der Wirbelwind. Insgesamt 35.874 Gefechte hat dieser Panzer, dieser Flakpanzer im letzten Monat auf den Buckel gespielt bekommen und, ähm, ja, das, was soll ich sagen? Es ist einfach ein mega, mega guter Flakpanzer, wenn nicht sogar der beste bei den Deutschen. Es liegt auch einfach natürlich weiterhin an seiner Kadenz, äh, an den, äh, vier, zwei Zentimeter Flakgeschützen, mit denen ihr auch, äh, im Haightier-Bereich, ähm, ordentlich auf Fliegerjagd gehen könnt. Das ist einfach so, selbst gegen Jets kommt ihr da ganz gut an, wenn ihr ihn entsprechend vorhaltet. Gut, er hat jetzt nicht die dickste Mobilität, aber durch seine Kadenz könnt ihr da ordentlich Flugzeuge mit runterholen und ich sehe so, so viele, die, ähm, mit diesem, ich möchte jetzt tatsächlich sagen, Biest unterwegs sind. Deswegen ganz klar und auch nicht verwunderlich, der Wirbelwind der Deutschen mit 35.874 Spielen im letzten Monat unangefochten auf Platz 1. Was tatsächlich noch auffällt ist, äh, und das war vergangenen Monat auch schon so, dass tatsächlich viele, 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 viele Spieler viel, viel, viel mit den Deutschen unterwegs sind, ja. Die ersten drei Plätze und insgesamt vier von fünf Panzern im vergangenen Monat wieder bei den Deutschen beheimatet. Ähm, neu dabei der T-64 Alpha, ähm, da scheint es tatsächlich, ja, ich sag jetzt mal, doch nicht so scheiße zu sein, äh, wieder Deutsche zu fahren. Wer weiß. Lasst mir gerne mal eure Meinung, äh, zu der Ausgabe November, der fünf beliebtesten Panzer, gerne unten in den Kommentaren. Lasst uns ein bisschen, äh, drüber diskutieren, wie sind da eure Erfahrungen auch mit den hier aufgezählten deutschen Fahrzeugen, ähm, die sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen. Gerne mal unten in den Kommentaren da lassen. Und nicht vergessen, wenn ihr Bock auf eine positive Bewertung habt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und falls ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Also es ist immer wieder cool, äh, dass, äh, so viele Leute nach wie vor den Weg zu meinem Kanal finden. Dafür natürlich auch vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, denkt dran, immer schön weiter zocken. Macht's gut. Euer Raibun.